Ich werde ungeduldig, kaum eine Herausforderung, sterbt Dummkopf. Gut, da ist nichts weiter, da haben wir ein paar und eine Goldmine. Die Spinnen auseinander. So, da da. Ist das alles, was haben wir da? Rolle der Bestie. Hier haben wir eine Rolle des Stadtportals. Mal die da platt. Gut, die haben jetzt keinen Mahler. So, weiter produzieren. Jägerinnen, Droiden, Dreaden. Das große Mahler, den kannst du mal behalten. Ich werde ungeduldig. Das Blöde rückt näher. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich schicke meine Truppen gleich wieder zurück. Der nächste Ankunft dürfte, glaube ich, gleich erfolgen. Dementsprechend auch schon mal die direkten Verteidigungsstellung. Ich werde ungeduldig. Die Rache ist mein. Buch der Gesundheit. Unser heiliger Hain wird entweist. Sofort. Natürlich. Und das dachte ich wieder. Hoffentlich auch mit euch. Erleuchte meinen Weg. Unser Zeit ist knapp. Unser Zeit ist knapp. Ihr sagt es nicht anzusprechen. Unser Zeit ist knapp. Wie ist das alles? Wo soll ich zuschlagen? Ich habe Hachstum. Ich schicke mir jetzt mal noch ein paar mit. Ich werde ungeduldig. Zwei Stück. Meine Kraft gehört euch. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Jep, mache ich. Ich werde ungeduldig. Und dann kommen immer die Geräte. Unser Zeit ist knapp. So. Ab rüber da. Das Böse rückt mir. Ich bin wach. Der bringt mir unten gar nichts. Unser Zeit ist knapp. Ihr lasst euch doch ein bisschen regenerieren. Wo soll ich zuschlagen? Götting, erleuchte meinen Weg. Anudora. Mein Weg, der schläft. Er ist erwacht. Meine Kraft gehört euch. Wo soll ich zuschlagen? Unser Zeit ist knapp. Euer Mana ist erschöpft. Hm, 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 hm. Super ein Mux. So. Hoch wie durch. Da haben wir ein bisschen was Grünes. Ja, da haben wir die Gegner durch die Basis gefunden. Sehr gut. So. So. Dann packen wir die Fremdsteig. Ich habe keine Pug. So. Dann packen wir die Fremdsteig. Ich habe keine Pug. So. So. Und dann packen wir die Fremdsteig. Dann packen wir die Fremdsteig. Ich habe Waffe geschworen. Gibt es Ärger? Unsere Goldmine ist eingestößt. Meine Kraft gehört euch. Unsere Krieger greifen den Feind an. Illidan, ich schicke dir Verstärkung. Ich bin wach. Die Goldmine ist futsch. Der Schläfer ist erwacht. Anodora. Unsere Krieger greifen den Feind an. Unsere Zeit ist knapp. Äh, Illidan, ja. Kommt, jetzt soll ich da eigentlich nicht zurückrennen. Scheiße. Da habe ich vergessen zurückzubordern. Den kann ich gleich mal auswurzeln. Mal sehen, wo ich den hinbringe. Handschuhe, wo der hast. Gleich mal mitnehmen. Ich bin wach. Ich bin wach, der ungeduldig macht. So. Mein Weg ist frei. Anodora. Und Attacke. Mein Weg ist frei. Anodora. Oder auch nicht. Mein Weg ist frei. Unsere Krieger greifen den Feind an. Oh. 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 Selbst die Bäume. Kämpfen mit. Ich bin blind. Nicht taub. Auch jetzt machen die Scheiß-Turne weg. Es wird euch nicht tun, dass ihr mir begegnet seid. Meine Kraft gehört bei mir. Natürlich. Euer Mann ist geschockt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich brauche es, mich anzusprechen. Anodora sind Dämonen der Nähe. So. Dann machen wir jetzt mal die Dinger da platt. Zeit. Wir wart es. Was ist der Dinger? Anfänger so nenne ich. Ich brauche Unterstützung. Werden wir erobert? Ich mach mit. Der Schlafer ist auch geordnet. Ich bin wach. Ich bin wach. Wo soll ich zuschlagen? Ich bin nicht in meine Abwehrkette. Das passt soweit. Ihr wagt es mich zu schreien. Die Rache ist mein. Sofort. Und alles für mich. Gut, habe ich das Problem auch mal gelöst. Dann fehlen mir jetzt nur noch die Dämonen. Fühlen fleißig produzieren. Da stehen auch noch welche rum. Macht schnell. Fürchte die Nacht. Schön und gut. Ich werde ungeleudig. Aber sollte das lästigeste glaube ich vernichtet sein. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ich komme aus der Form. Ich habe sie jetzt eh nicht. Ich werde zum anderen regenerieren. Dann habe ich da auch wieder eine Goldmine. Ähm. Da haben wir fünf Stück. Hoch mit euch. Da hole ich mir auch noch einen. Hoch mit dir. Und dann bereite ich mich auf den Sturm auf die Dämonen vor. Die dürften ein bisschen heavier sein. Wo soll ich zuschlagen. Ich bin wach. Ich bin wach. Das ist knapp. So. Alles Kraft. Dann bitte einmal einen Baum dahin. Na, ich muss sagen, ich schicke den dahin, denn da unten könnte ich eigentlich auch noch einen Baum hinbauen. Den hier als Verteidigungswerkzeug zu benutzen, ist nämlich eigentlich schon geil. Dann verrecken wir die da oben auch wenigstens nicht. Bin jetzt aber auch relativ sicher. Dementsprechend schauen wir uns mal weiter rum. Wir gehen schon mal ein bisschen auf Dämoniagd. Die mitkommen. Langsam geht er mir echt auf den Sack. So. Dann platze ich den mal kurz dahin. Kann er mir nämlich für hier schon mal fünf Stück produzieren. Ach ne, das geht ja gar nicht. Ha! Geht ja nur noch einer. Unsere Krieger greifen den Feind an. Aber so habe ich wenigstens überall was. Nicht genügend Gold. So, habt ihr da euer Spaß gehabt? Kaum eine Herausforderung. Noch ne Mine. Ach Gott. Jetzt werden's aber viele. Hab ich mir da hinten ja total die Arbeit umsonst gemacht. So, ihr Kameraden. Lasst euch regenerieren. Auf euer Zeich fertig. Viel zu leicht.